Ich weiß mal her, was hast du denn aufgeschrieben? Was zeig ich dir jetzt? Ich hab gedacht, mich trifft den Schlag, weißt du? Ich weiß mal acht, dein Bootchen hat einen Einmachkeller, da passen gerade mal 50 Fässchen rein. Und da haben wir noch keinen Äppel hergeladen. Da hat er recht. Was? Keinen Äppel wollen? Das geht nicht. Das weiß ich doch selber. Ihr kennt mich mal, ich mach an. Wir könnten natürlich gucken, dass wir irgendwie die Wildsau-Brotwärsche nie mehr in den Heizungskeller schaffen. Dann hätten wir noch Platz für... 2000 Handkäse. Wobei ich natürlich nicht weiß, ob die sich da drin holen. Wenn wir Glück haben, können wir in den Keller 2, 4 und 78 ein bisschen Bier stapeln. Und wie lange hält das? Also bei unserem Brand schätze ich mal, bis morgen Abend. Und ab immer morgen hätten wir nur noch Alkoholfreies. Ich glaub's geht los. Eierwalder, meinst du, dass ich keinen Dost hab? Chef, was sollen wir denn jetzt machen, sagen wir mal? Eier, meinst du... Äppel Hasemilge von Bad Schmeise. Scheiße! Da goat! Da Clinton... ֳ